Guten Morgen, ihr Lieben. Ihr habt es tatsächlich geschafft, dass ich morgens um 10 Uhr mit einem Livestream starte und ich habe hier auch schon meinen Kaffee mit dabei, denn ich bin zwar an und für sich ein Frühaufsteher, aber morgens um 10 Uhr schon mit einer vernünftigen Stimme hier zu sitzen, naja, also das kostet mich auch so ein bisschen Überwindung. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt euren Kaffee, euren Tee schon mit am Start. Wir werden heute ein paar Themen besprechen. Wir werden natürlich den Schwerpunkt auf Canva haben, also wie du damit professionelle Overlays erstellst. Aber ich habe auch drei, wie heißt das so schön, massive Updates, über die ich sprechen möchte, die zurzeit in der digitalen Arbeitswelt passieren und die für dich, für euch natürlich relevant sind. Mein Name ist Kirsten Beamer und ich helfe dir, den Weg durch den virtuellen und digitalen Dschungel zu finden. Mit meinem Fokus erreichst du deine Ziele noch schneller und noch nachhaltiger. Und deswegen werde ich hier immer wieder aktuelle Themen mit aufgreifen, so auch heute. Deswegen, da starten wir auch gleich mit rein. Aber wir werden den Schwerpunkt in dem heutigen Facebook Live, der liegt wirklich auf Canva. Denn danach werde ich häufiger gefragt, was ist Canva, wie kann ich damit arbeiten, was sind so typische Anwendungsfelder und vor allen Dingen, wie kann ich damit Overlays erstellen und vor allen Dingen, was sind überhaupt Overlays. Da gehen wir gleich drauf ein. Wenn du dich wunderst, warum ich jetzt hier dieses Mikrofon wieder direkt vor mir habe. Ich habe jetzt in den letzten Wochen verschiedene Tonvarianten getestet und finde einfach diese hier mit einem Studiomikrofon, gerade für diese Livestreams von der Akustik her am schönsten. Und es würde mich mal freuen, wenn ihr mal ganz kurz in die Kommentare schreibt, schreibt, ob man mich gut hören und sehen kann. Das wäre ziemlich klasse. Und du siehst es, ich schaue immer mal wieder hier rüber, aber das hat jetzt nur was damit zu tun, wenn ich jetzt hier in der Totalen bin, da steht meine Kamera für die Totalaufnahme. Wenn wir gleich auf den Screen gehen, weil ich dich ja mitnehmen will, in mein Backend von Canva, dann schalte ich um auf die andere Kamera. Und ja, also worüber sprechen wir heute? Es gibt wie gesagt drei massive Updates, die jetzt in dieser Woche gefahren wurden beziehungsweise gefahren werden. Und über die möchte ich ganz kurz sprechen, bevor wir dann im wesentlichen Teil dieses Videos auf Canva eingehen. Hallo Ines, vielen Dank für dein Feedback. Ja, also ich höre mich ja immer um und gucke, was ist für euch relevant, was ist für euch wichtig, was tut sich gerade. Denn ich weiß, dass dieses Thema virtuelles und digitales Arbeiten für viele gerade ein absolutes Novum ist oder wenn sie schon längere Zeit da drin sind, vielfach überfordert sind. Ich weiß, wovon ich spreche, mir ging es viele Jahre selber genauso, bis ich für mich das rausgefiltert habe, welche Tools helfen mir wirklich, welche sind eine reine Zeitverschwendung und welche sind einfach nice to have. Heute möchte ich jetzt aber in diesem, am Anfang werde ich jetzt das mal immer so ein bisschen implementieren, dass ich so News aus der digitalen Tech-Welt, wenn man das so nehmen will, aber so aufbereitet, dass es für Leute wie dich und mich auch verständlich ist. Denn ich bin kein Technik-Nerd, ich bin reiner Anwender, ich bin reine Userin von all diesen ganzen Oberflächen. Und da möchte ich als erstes auf ein massives Update eingehen, was eigentlich schon vor zwei, drei Wochen angefangen hat. Dazu schalte ich auch mal auf die andere Kamera. Du siehst hier Facebook, Facebook, wenn du es über Chrome öffnest, Facebook hat eine neue Oberfläche. Ich finde das extrem spannend, es ist wirklich gewöhnungsbedürftig und wenn ich, also ich habe Facebook bei mir auch immer wieder geöffnet in meinem Safari, in meinem Safari Browser. Ich bin ja halt Mac-Userin, da ist Safari für mich somit das Nonplusultra, wobei das nicht der beste Browser ist, aber es liegt einfach nah bei den ganzen Apple-Geräten, dass man mit Safari arbeitet. Mittlerweile komme ich aber immer mehr dazu, auch Chrome zu nutzen und Facebook hat für Chrome schon ein Update gefahren. So sieht Facebook in der neuen Oberfläche auf. Ich komme schneller an die einzelnen Funktionen ran, ich finde schneller meine Seiten, ich finde schneller meine Informationen, ich kann Seiten schneller anlegen, ich kann in Gruppen schneller posten, ich kann neue Ereignisse erstellen, ich kann Kontakte sichtbar machen, unsichtbar machen. Also es ist wirklich einfacher, aber ich muss sagen, ich habe noch so meine Schwierigkeiten mit der Oberfläche, ich bin da noch nicht so der hundertprozentige Fan von, aber ich sehe, wo es hingeht. Denn Facebook hat die Gunst der Stunde entdeckt und die stecken gerade unglaublich viel in die Veröffentlichung ihrer neuen Features und das hier ist eins davon und ich meine, Facebook hat schon seit geraumer Zeit das System Workspace für sich entdeckt. Also das ist ja quasi sowas wie Microsoft Teams, also wer in einer Firma arbeitet, der kennt vielleicht Teams, das ist ja so eine Arbeitsoberfläche für virtuelle Teams, dass sie besser zusammenarbeiten können. Facebook hat jetzt auch sowas, aber eigentlich schon länger, aber es ist in Deutschland noch nicht so populär, aber sie nähern sich immer mehr mit ihren Funktionen an, an Microsoft. Und was haben sie gemacht? Das kommt jetzt, diese Woche wird es ausgerollt und nachher gibt es auch ein Live-Webinar dazu von Katrin Hill, das schaue ich mir auch an, denn Facebook wird jetzt die Video-Chat-Funktion ähnlich wie Zoom integrieren, dass ich also mit Leuten in einem geschlossenen Raum mit bis zu 50 Leuten zeitgleich sprechen kann. Und ich finde, das ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Also Facebook hat ja in letzter Zeit sowieso schon einige Updates gemacht, was die Gruppen-Chat-Funktion oder die Video-Chat-Funktion angeht. Also früher konnte man auch live gehen mit zwei Leuten über, also ähnlich wie man das jetzt heute splitten muss mit Skype oder wie ich das jetzt hier mit Ike mache, das konnte man mal originär mit Facebook direkt machen. Das geht schon seit einiger Zeit nicht mehr, jetzt mit der neuen Funktion. Ich bin sehr gespannt, wo da die Reise hingeht. Ich hoffe, dass sie dadurch das nicht eliminieren, dass man mit einer externen Software bei Facebook streamen kann. Weil alles deutet ja zur Zeit darauf hin, dass Facebook wirklich alles im eigenen Universum halten will. Ich weiß nicht, ob du den Film The Circle kennst. Es erinnert mich immer mehr daran, wobei ich da jetzt keine negativen Assoziationen habe. Ich finde viele Funktionen toll. Also auch der Studio-Creator oder das Creator-Studio von Facebook ist ja ein Update, was in letzter Zeit gefahren wurde. Und das gefällt mir halt schon richtig cool. Schreibt doch mal gerne hier in die Kommentare, was ihr von der neuen Oberfläche von Facebook haltet, wenn ihr sie denn schon ausprobiert habt. Wenn nicht, macht es einfach mal. Es sollte in Opera, es sollte in Chrome laufen. Ja, ich habe ja gar nicht so viele andere Browser. Es gibt aber noch unzählige andere Browser. Also schreibt mal gerne in die Kommentare, wer schon das neue Facebook, also die neue Ansicht von Facebook wirklich nutzt. Ich bin da sehr gespannt, wie sich das etablieren wird. Aber ich glaube, sie gehen halt in starker Konkurrenz, Entschuldigung, jetzt gerade mit dieser Video-Chat-Funktion zu Zoom. Aber auch, und da kommen wir schon zu dem zweiten massiven, was in dieser Woche bekannt gegeben wurde, nämlich Microsoft. Also aus Office 365 ist still und heimlich Microsoft 365 geworden. Ich habe es eigentlich nur durch so eine kleine Notiz am Rande bemerkt. Der Alex schreibt gerade, in Firefox hat er noch die alte Übersicht. Ja, einfach mal gucken. Aber für Google Chrome haben sie es schon ausgefahren. Es ist gewöhnungsbedürftig, also diese neue Ansicht von Facebook. Wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, weiß man sehr schnell, dass es viel intuitiver ist. Genau, Ines, da bin ich genau bei dir. Es ist sehr gewöhnungsbedürftig. Aber wie gesagt, wenn man da einmal richtig dran ist, Jasmina bestätigt es auch, es ist gewöhnungsbedürftig. Aber ich habe jetzt seit vier Wochen mit dieser neuen Oberfläche in Chrome gearbeitet. Und ich muss sagen, ich habe mich mittlerweile da gut dran gewöhnt. Viele Dinge sind einfacher, andere Dinge sind jetzt weniger einfacher. Was halt schön ist, dass ich wirklich alles für mich individuell einstellen kann. Aber die Reise geht einfach dahin. So eine All-in-One-Lösung. Und deswegen hat hier zum Beispiel auch Microsoft, wo es ja das zweite Riesen-Update gegeben hat in dieser Woche aus Microsoft, also aus Office 365 wird jetzt Microsoft 365. Conny schreibt ja zum Glück noch die alte Ansicht. Ja, ich weiß, Conny ist damit nicht happy mit der neuen Ansicht. Jedes Mal, wenn sie an meinem Rechner arbeitet, denkt sie, oh mein Gott, wie sieht das denn aus? Das geht ja mal gar nicht. Aber okay. Also jetzt aber zu Windows, also zu Microsoft. Ihr wisst, ich bin ein riesen Mac-User und ein riesen Mac-Fan. Und ich tue mich da wirklich schwer mit, mit den Microsoft-Produkten zu arbeiten. Das ist für mich keine Glaubensfrage, sondern es ist einfach für mich in den vergangenen 20 Jahren meiner Selbstständigkeit, oh mein Gott, bin ich alt, also in den vergangenen 20 Jahren meiner Selbstständigkeit, hatte ich immer wieder Schwierigkeiten mit den Microsoft-Produkten. Aber auch generell mit einem regulären PC oder Laptop, was halt auf Windows-Oberfläche ist, weil die Dinger nach kurzer Zeit für mich immer den Geist aufgegeben haben. Die waren nicht so stabil. Ich weiß aber, seitdem es diese ganze Surface-Variante gibt, also von der Hardware her bei Microsoft, beziehungsweise bei Windows und jetzt auch mit Office 365, wo ich vor einem Jahr gut eingestiegen bin, weil da gab es dann irgendwann auch ein Update, dass ich das auch auf dem Mac nutzen kann, weil da machen wir uns nichts vor. Die Office-Pakete sind von Microsoft um Welten besser als die von Apple. Ja, also es ist einfach so. Apple ist etwas für Grafik, es ist etwas für Video, es ist etwas für Audio. Aber wenn ich normale Office-Anwendungen habe und halt auf diesem Level sein möchte wie Microsoft, dann muss ich halt Microsoft nehmen. Und sie haben ja da mittlerweile echt diese tolle Cloud-Variante, die wir auch selber nutzen. Google hat zwar auch so einige Office-Pakete, aber da muss man halt sagen, die kommen da auch noch nicht dran. Und Office 365, jetzt Microsoft 365 in der Familienvariante mit den kleineren Applikationen. Wenn du dann aber als Kleinunternehmer bist oder als Unternehmen, kann ich dir auf jeden Fall mal empfehlen, diese kostenlose, na möchte ich mal sagen, 30-Tage-Variante von Office zu testen, auch als Solopreneur, also als Einzelunternehmer lohnt sich das, weil da sind richtig coole Funktionen mit dahinter. Also Teams ist das eine, es gibt Video-Chat-Funktionen, es gibt sogar Streaming-Funktionen in dieser Microsoft-Feld. Ich habe das kennengelernt, als ich letztes Jahr in einem großen Projekt war und wir nur mit Microsoft-Produkten gearbeitet haben. Da muss ich sagen, also wer heute digital-virtuell arbeiten will und halt nicht lauter Insellösungen haben will, sondern sagt, das hat ja auch einen großen Vorteil, ich möchte alles aus einer Hand haben, guckt euch das ruhig mal an. Ihr könnt es 30 Tage kostenlos testen. Macht auf jeden Fall Spaß. Ja, also das schon mal so, die beiden großen Updates, aber ich habe ja von einem dritten gesprochen und das dritte Update kommt von TagSmith. TagSmith, das sind die, wer sich vielleicht mit Videobearbeitung beschäftigt, wer vielleicht selber Lehrvideos erstellt oder auch Videos nachbearbeitet. Und der kennt vielleicht Camtasia. Es gibt ja diese zwei großen Anbieter, das ist einmal Camtasia und das ist einmal ScreenFlow. ScreenFlow gibt es ausschließlich für Mac und Camtasia ist halt der große Vorteil, läuft auf Mac und läuft auf dem PC. Und Camtasia hat in den letzten drei Jahren jedes Jahr ein riesen Update gefahren, wo neue Funktionen hinzugekommen sind. Weil ich weiß, viele, die mit der Videobearbeitung anfangen, weil sie Lehrvideos machen. Sie machen Tutorials, sie machen How-To-Videos, sie stellen vielleicht einen Online-Kurs her. Oder du bist in einem Unternehmen und du möchtest eine Einweisung für neue Mitarbeiter machen und sagst halt, hey, ich erzähle das nicht hundertmal, ich erzähle das einmal vor laufender Kamera. Ich möchte die Videos aber professionell nachbearbeiten. Da macht es aus meiner Sicht keinen großen Sinn, zu Adobe Premiere zu gehen, zu Final Cut Pro X oder Pro X oder wie sie alle heißen oder DaVinci Resolve. Ich habe die zwar alle, aber ich mache auch noch andere Themen mit diesen Videos. Aber wenn du ein reines Lehrvideos machst, wo du sagst, mir reicht es, wenn ich mein Video da einbinden kann, wenn ich zwei, drei Tonspulen noch draufpacken kann, also Toneffekte, wenn ich noch ein paar Bildeffekte, dann sind diese Programme, da kommst du nicht dran vorbei. Der große Vorteil ist sowohl bei ScreenFlow als auch bei Camtasia, dass du dein Monitor aufnehmen kannst. Das ist zum Beispiel wichtig oder auch eine richtig coole Funktion, wenn ich eine Software erklären will und dann kann ich mich mit zwei Kameras quasi aufnehmen. Die eine Kamera nimmt mich auf und die andere Kamera ist eigentlich quasi, da wird mein Bildschirm aufgenommen. Und dann kann ich mich ähnlich, wie ich das hier euch gleich auch zeige, da bin ich irgendwo klein in so einem runden Bild zu sehen und kann dann ganz ruhig mit dir durch die einzelnen Funktionen der jeweiligen Software gehen. Und das kann bei Camtasia und das kann ScreenFlow. Und Camtasia hat halt in den letzten vier Jahren, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, jedes Jahr ein Update gefahren. Wenn du dir das erste Mal Camtasia kaufst, kostet es um die 270 Euro und jedes Jahr, wenn du dann ein Update fährst, bezahlst du für dieses Update irgendwas so um die 100 Euro. Und heute soll das Update gefahren werden. Ich habe das auch vorhin schon gemerkt, das Update ist noch nicht da, aber ich habe es gemerkt, ich habe vorhin was mit Camtasia gemacht, diese beiden Videos, die ich dir gerade gezeigt habe, die im Hintergrund gelaufen sind. Und Camtasia ist an der einen oder anderen Stelle wirklich in die Knie gegangen. Das ist aber immer so, wenn da ganz vieles gerade auf dem Server passiert. Das muss man sich auch mal vorstellen. Ich glaube, das ist mittlerweile mit anderen Softwarelösungen, sagt man immer so, der Industriestandard. Also Camtasia ist wirklich für alle, die die Tutorials erstellen wollen, die auch zum Beispiel Videos erstellen wollen, weil sie einem Kunden irgendwas erklären wollen. Natürlich gibt es auch kleine Applikationen, die du dann nutzen kannst, aber dann hast du wieder ganz, ganz viele Insellösungen. Und irgendwann kommst du da hin und sagst, nee, ich nehme lieber einmal ein bisschen mehr Geld in die Hand, aber habe dafür eine vernünftige Lösung. Und ja, also Camtasia kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Und wer da Interesse dran hat, ich werde am Freitag ein Video machen, ein Livestream machen. Da werde ich darüber sprechen, welche Software ich für welche Videos nutze. Also welche Software nehme ich, um welche Videos wie zu schneiden. Da werde ich natürlich auch über Camtasia sprechen. Ich werde aber auch noch zwei, drei andere Softwarelösungen vorstellen, sodass du für dich raussuchen kannst, was ist denn jetzt die richtige geeignete Variante. So, jetzt bist du aber hier. Du willst ja endlich wissen, wie geht es denn jetzt mit Canva weiter. Und ich habe heute Morgen so oft Canva und Camtasia geschrieben, dass ich jetzt sogar mein Setting für diese nächste Bildschirmaufnahme Camtasia genannt habe, obwohl wir natürlich über Canva sprechen. Aber bevor ich jetzt da rüber hoppe, nutzt jemand von euch schon Canva? Dann bitte einmal kurz hier in die Kommentare reinschreiben, was macht ihr mit Canva und was findet ihr beispielsweise gut an Canva? Und jetzt springen wir einfach mal rüber auf den anderen Bildschirm. So, und ich habe natürlich jetzt meine Kamera hier hingestellt, sodass man mich da auch wirklich besser sehen kann. So, das ist immer das Fatale, wenn ich hier mehrere Seiten aufhabe. Also, Canva. Canva ist ein Grafikprogramm, welches ich schon seit vielen, vielen Jahren nutze. Und mit Canva mache ich quasi meine ganzen Dokumente. Also, auch hier unten diese Bauchbinde, die du siehst, ja, wo mein Name steht und wo ich jetzt hoffe, dass ich mich nicht verschrieben habe. Also, werde zum Profi für digitales und virtuelles Arbeiten. Das ist eine sogenannte Bauchbinde. Und auch dieses kleine Live-Signal hier oben, was du siehst, also oben in der Ecke live, das habe ich mit Canva erstellt. Ich finde das immer ganz schick, wenn ich, also neben der normalen Aufnahme über meine Kamera noch ein paar Informationen einfliegen lassen kann. Und das mache ich halt mit Canva. Canva ist aber viel, viel mehr. Ich kann hiermit, ich kann mit hiermit ganze Poster erstellen, ich kann animierte Videos erstellen, ich habe Briefvorlagen, ich kann Instagram-Beiträge machen, ich kann Logos erstellen, ich kann Magazin-Cover machen. Also, ich habe mit Canva schon ganze Arbeitsbücher für meine Klienten erstellt und, ja, ich habe ganze Arbeitsbücher für meine Klienten erstellt, mit denen sie dann hinterher digital arbeiten konnten oder was sie sich halt auch ausdrucken konnten. So, also, wenn du Canva einmal öffnest, dazu muss ich sagen, Canva gibt es einmal in der kostenlosen Variante. Die ist für viele Belange absolut ausreichend, nur das, was ich dir jetzt heute zeige, die sogenannten Overlays, dafür musst du wirklich die Bezahlvariante, die Pro-Variante nehmen. Aber ein kleiner Trick, du kannst dich ja mal für einen Monat anmelden, kostet 10 Euro einmalig, kannst du einen Monat mitarbeiten, kannst dir alle möglichen Overlays erstellen und dann gehst du wieder raus. Also, ich poste auch gleich mal hier meinen Affiliate-Link zu Canva in die Kommentare, dann kostet das für dich nicht mehr. Ich kriege eine kleine Provision, das aber einfach auch alles. Also, du kannst es natürlich aber auch so aufrufen. Also, wenn du normal Canva nutzen willst, um beispielsweise Donko Mente zu erstellen, also sowas habe ich gestern zum Beispiel erstellt, jetzt öffnet sich das hier gerade mal, ich habe hier gestern zum Beispiel ein Plakat erstellt, woran du erkennst, dass du in einem guten Meeting bist und habe dann hier mal so zwölf Punkte aufgelistet. Also, das habe ich mit Canva erstellt, das kann ich dann hinterher als PDF runterladen und an meine Klienten verschicken oder ich kann es als Poster verschicken, das mache ich mit Canva. So, aber wenn ich jetzt ein Overlay erstellen will, was ist das Besondere an einem Overlay? Wenn ich ein normales Bild erstelle, ich mache mal hier Design erstellen und ich sage jetzt mal hier einfach einen Facebook-Beitrag, es ist ja egal, du kannst das mit allen möglichen Varianten machen. Wenn du da draufklickst, siehst du, es werden mir hier schon direkt Vorschläge gemacht, die kannst du natürlich nutzen, allerdings muss ich dazu sagen, wenn du die gar nicht veränderst, das darfst du natürlich sie trotzdem nutzen. Wenn du sie gar nicht veränderst, jemand, der auch mit Canva arbeitet, der sieht halt, aha, guck mal hier, hat sich da das Dokument geholt. Ist aber überhaupt nicht schlimm, weil es geht ja jetzt hier zum Beispiel Facebook-Beitrag zum Thema Corona. Das sind wahrscheinlich schon sehr validierte Informationen. Ich habe mir das jetzt noch nicht angeschaut. So, wenn ich jetzt dieses Dokument, wo jetzt erstmal gar nichts drin ist, da kann ich verschiedene Einstellungen machen. Das eine ist, ich kann hier, ich kann hier die Größe ändern und kann jetzt hier eine benutzerdefinierte Größe angeben, aber wenn ich das zum Beispiel jetzt hier für meine Videos haben will, dann nehme ich die 1920x150 Pixel, sage Größe, kopieren und sie habe jetzt hier dieses breite Format. So, und jetzt möchte ich ein Overlay erstellen, dann arbeite ich erstmal hier auf dieser Oberfläche und der Zauber, warum das hinterher ein Overlay ist, passiert dann, wenn ich das Bild oder die Grafik hier zur Verarbeitung, zum Download freigebe. Da gehen wir aber gleich drauf. So, jetzt möchte ich beispielsweise, dass hier oben irgendwo ein Live steht. Ja, dann gehe ich über die Suchfunktion und muss natürlich vorher Elemente auswählen. Ja, und kann dann jetzt hier zum Beispiel sagen, So, das ist jetzt mein Live-Zeichen, das hast du auch gesehen, das habe ich da oben auch verwendet und ich kriege hier oben angezeigt, dass ich bei diesem Live-Zeichen noch die Farbe verändern kann. Dann klicke ich hier oben drauf und kann mir alle möglichen Farben aussuchen. Ich kann auch jetzt hier sagen, wenn ich den Hex-Code habe, das ist ja hier der Hex-Code, also der bestimmte Farb-Code, jede Farbe ist mit einem bestimmten Code versehen, dann kann ich den hier auch direkt eingeben. Vielleicht will ich genau dieses hier in der Farbe meiner Firma haben. Dann brauche ich den Hex-Code, dann kann ich den da reinsetzen. Oder ich kann auch hier ganz normal rüber gehen und gucken, okay, was sieht denn jetzt für mich vernünftig aus. Wir nehmen jetzt mal hier dieses Rot und ich sage Enter und schon habe ich das hier oben zu sehen. Jetzt sage ich aber, ich möchte vielleicht noch was weiteres mit dabei haben. Zum Beispiel möchte ich die Menschen auffordern, sich ruhig Notizen zu machen, ja. Dann kann ich das hier unten schon mal hinsetzen. So, jetzt habe ich aber dadurch immer noch keine Bauchbinde. Um eine Bauchbinde zu erstellen, gehe ich auf Elemente und ich habe die eigentlich immer zuletzt verwendet. Ich nehme hier einfach dieses Quadrat. Dieses Quadrat bringe ich erstmal in die Länge, wie ich das Ganze haben will. Jetzt schieben wir das nochmal hoch, damit das hier nicht gleich verschwindet. So, jetzt sieht das natürlich doof aus, wenn das da mittendrin ist. Und ich schiebe das so weit runter, wie ich das gerne hätte. Man muss immer darauf aufpassen, dass so eine Bauchbinde nicht zu groß ist, weil je nach Bildausschnitt, du möchtest ja nicht die Bauchbinde bis zum Kinn haben. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Rentner, der die Hose bis da oben gezogen hat. Das sieht einfach scheiße aus. Ja, muss ich einfach mal so sagen. Also habe ich jetzt hier die Bauchbinde runtergezogen und ich möchte auch hier die Farbe verändern. Ich kann bei Canva, wenn ich im Pro-Account bin, das habe ich dir ja gerade gesagt, da kann man einmalig was für bezahlen oder du sagst halt kontinuierlich. Also ich bin da kontinuierlich dabei, weil ich nutze Canva wirklich täglich. Und ich sage jetzt, ich möchte das jetzt hier in einem solchen Türkis haben. So, und dann geht es jetzt an den Zauber. Ich möchte jetzt hier eine Schrift einfügen. Sehr schön, danke Conny. Dann nehme ich doch mal die richtige Bauchbinde weg. Ist es besser so? Conny hat mich gerade darauf hingewiesen, dass man die Bauchbinde nicht sieht. Ich hoffe, man sieht es jetzt besser. Ich habe die echte Bauchbinde weggenommen. So, jetzt habe ich hier die Überschrift und jetzt schreibe ich hier meinen Namen rein. Ich sollte es natürlich jetzt hier nicht in weiß erstmal machen, damit ich erstmal sehen kann, was ich da überhaupt mache. So, meinen Namen sollte ich auch richtig schreiben. Gut, und dann kann ich das da runterziehen. Danke Conny für den Hinweis. Jetzt kann ich das da runterziehen und kann die Schrift halt verändern. Ich markiere die Schrift wieder und gehe hier oben auf die einzelnen Schrifttypen. Und dann siehst du hier ganz, ganz viele Schriften. Und bei einigen ist so ein Krönchen dahinter. Und die Schrift kannst du dann nutzen, wenn du Pro-User bist. Wenn du kein Pro-User bist, nimmst du halt eine der anderen Schriften. Aber wie gesagt, wenn du ein Overlay erstellen willst, musst du Pro-User sein. Und warum, das sage ich dir dann auch gleich. Gut, jetzt nehme ich hier eine Schrift, weil da achte ich immer so ein bisschen drauf. Also so eine Schrift ist zwar ganz nett, kann aber kein Mensch lesen. Ich muss immer gucken, dass man das auch lesen kann. Selbst wenn derjenige das Video öffnet auf einem Handy, dann sollte die Schrift nicht zu verschnörkelt sein. Sie sollte nicht zu verspielt sein. Und dann habe ich eine gute Erfahrung einfach gemacht, wenn ich die Schrift dann hier, wenn sie da ist, nicht schwarz mache, sondern weiß. Gut, jetzt sieht das Ganze so aus. Und wenn ich das jetzt hier dahinter ziehe, dann sieht das natürlich komisch aus. Deswegen markiere ich jetzt das und gehe hier oben auf Position und sage vorwärts. Und dann legt sich das da einfach davor und dann kann ich das hier weiter verschieben. Gut, das ist mal ein ganz einfaches Overlay. Ich kann mich da ja wirklich austoben. Ich kann da Schriften hinterlegen. Ich kann hier, wenn ich jetzt nochmal einen zurückgehe auf Elemente, ich habe hier alle möglichen Elemente, die ich verwenden kann. Und auch hier sehe ich bei einigen, also hier oben geht man mit der Suchfunktion rein. Bei einigen sieht man dann hinterher, okay, da ist das Krönchen dahinter. Das heißt, es ist für die Pro-Version. Bei anderen Varianten steht da nichts dahinter. Dann kann ich das nutzen. Wenn du jetzt aber sagst, das reicht mir nicht. Ich habe hier zum Beispiel bei Uploads unglaublich viele Sachen selber hochgeladen. Ich habe ja da schon mal einen Livestream drüber gemacht, dass ich halt noch eine externe Datenbank nutze. Das ist bei mir Envato Elements, wo ich mir Grafikelemente auch herunterlade. Und die lade ich dann da einfach mal rein und die kann ich jetzt hier zum Beispiel auch einbinden. Also wir machen es jetzt wirklich mal ganz, ganz verspielt. Und jetzt habe ich das da noch. So, das mache ich jetzt da hinten hin. So, jetzt habe ich dieses Grafikelement noch dazu, weil ich arbeite ja jetzt hier am PC. Und dann kann ich hier hinten entweder sagen, ich möchte es veröffentlichen oder ich gehe oben auf den Pfeil nach unten. Und um es dann wirklich als Overlay zu verwenden, ist es wichtig, dass ich einen transparenten Hintergrund wähle. Warum? Das wirst du gleich sehen. Ich lade es einmal so herunter, wie es jetzt hier ist. Ich gebe dem Ganzen einen Namen, Overlay Test. Lade das jetzt hier einfach mal herunter, so wie es jetzt ist. So, ich hoffe, das kann man jetzt hier sehen. Genau, also es ist jetzt ein weißer Hintergrund. Jetzt schließe ich das Ganze wieder und gehe jetzt hier wieder auf diese Funktion zurück. Ja. Jetzt mache ich mal das hier, dass man das besser sehen kann. So. Und hier oben in der Leiste, Conny hat gerade gesagt, man kann das nicht ganz so gut sehen. Ich mache das Ganze mal kleiner. Ich hoffe, das geht jetzt besser. Wenn ich hier oben, ich habe das hier oben über den Pfeil, bin ich jetzt hier auf herunterladen gegangen. Ich hoffe, das sieht man besser. Conny gibt mir mal ein kurzes Feedback. Wenn ich hier auf herunterladen gehe und nicht transparenter Hintergrund angebe, dann sieht es so aus, dass ich also dann ein weißes Bild habe. Und dann habe ich halt keinen Overlay. Ja. Wenn ich jetzt hier aber sage, ich mache das Ganze mit einem transparenten Hintergrund und lade das jetzt herunter. So, dann siehst du hier, dass es hier nicht mehr weiß ist, sondern das ist halt grau. Und ich zeige dir jetzt gleich, was passiert. Das kann ich jetzt gleich direkt in meinen aktuellen Feed mit reinbringen. Und zwar gehe ich dazu nochmal auf meine andere Ansicht. So, und nehme diese Bauchbinde, die da ja mal ursprünglich war, heraus. Ja, jetzt ist die ursprüngliche Bauchbinde heraus. So, ich wechsle nochmal hier auch die Kamera, nehme die Kamera weg, damit du das besser siehst. Da hinten mein Gekürmel. So, und wenn ich jetzt hier das Erste, wo ich nicht gesagt habe, dass es transparent sein sollte, packe ich da drüber, dann siehst du, man sieht mich nicht mehr. Man hört mich noch, aber man sieht mich nicht mehr. Jetzt nehme ich das wieder raus, weil das wollen wir natürlich nicht. Aber wenn ich jetzt sage, ich nehme das mit dem transparenten Hintergrund. Ah, guck, da kann man mich sehen. Deswegen brauche ich diesen transparenten Hintergrund, damit wirklich die Bauchbinde nur da unten ist und alles andere da oben zu sehen ist. Also an der Stelle macht es schon durchaus Sinn, wirklich auch mal das Geld da an der Stelle in die Hand zu nehmen, um zu sagen, dafür gebe ich gerne was aus und ich kann mir hier solche Overlays machen, solche Bauchbinden. Aber das Schöne ist ja bei Canva, ich habe da ja unendlich viele Möglichkeiten, mit denen ich da arbeiten kann und ich lasse das unten jetzt einfach mal stehen, damit du das siehst. Also das habe ich jetzt gerade live erstellt und das Ganze dauert halt zwei bis drei Minuten und du hast professionell, kannst du da wirklich diese Bauchbinden erstellen. Und du kannst halt zusätzlich Grafiken hochladen, die kannst du dann da auch mit einbinden. Also worauf du achten solltest, A, bei einem solchen Overlay, es sollte die Gesamtmaße haben deiner normalen Auswurfmedien, also so groß wie das Fenster hinterher ist. Du kannst das zwar größer ziehen, aber das funktioniert bei der einen Software besser als bei der anderen. Und damit es ein Overlay ist, musst du das Ganze mit transparentem Hintergrund herunterladen. Das ist ganz wichtig. Jetzt kannst du sagen, brauche ich dafür Canva, das kann ich doch auch mit Photoshop machen, das kann ich auch mit Affinity machen. Ja, aber wie gesagt, ich bin keine Grafikdesignerin, ich suche für mich da immer den einfachsten Weg. Und das ist ein Weg hier mit Canva, den ich auch meinen Klienten immer wieder gerne an die Hand gebe, weil sie damit ganz, ganz einfach ihre Overlays, ihre Dokumente erstellen können. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. War das jetzt schwierig oder würdest du es gerne mal ausprobieren? Kommentier es doch einfach mal hier gerne. Würde mich mal sehr interessieren, ob ich dich so ein bisschen neugierig gemacht habe. Und falls du es mal testen willst, ich habe hier jetzt auch direkt den Link mit hineingepostet. Wie gesagt, das ist ein Affiliate-Link, du kannst es darüber buchen. Es kostet für dich nicht mehr, es kostet dafür nicht weniger. Aber wie gesagt, wenn du Canva nicht für Overlays nutzen willst, sondern wirklich sagen willst, ich mache damit meine normalen Dokumente, ich mache damit meine normalen Social Media Postings, dann reicht die kostenlose Variante. Aber wenn du hier sowas Cooles haben willst, wie das jetzt hier. Oder ich habe damit auch das erstellt, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegst, dass Conny und ich sprechen jeden Sonntag jetzt live über unsere Serien, die wir schauen. Also was wir auf Sky gucken, auf Amazon Prime, auf Netflix, auf Disney Plus. Da muss ich gerade überlegen, was wir alles so haben. Und da habe ich natürlich auch so eine Bauchbinde erstellt, weil das ist ganz schön. Oder ich habe auch andere Bauchbinden oder beziehungsweise Grafiken, die ich da mit reinfüge. Also zum Beispiel auch dieses Stay at Home, das hatte ich jetzt eine ganze Zeit lang, weil es wichtig ist, dass wir jetzt gerade in Zeiten wie diesen auf unsere Gesundheit achten und darauf achten, dass wir nicht einander anstecken, nur weil wir keinen Bock mehr haben, zu Hause zu sein. Das mache ich halt alles hier mit Canva und ich finde, das ist ein tolles Tool. Und falls du da einfach mal Spaß dran hast, wir können auch gerne mal hier einen Livestream machen, wie ich wirklich von Null auf ein komplettes Dokument erstelle, ein komplettes Arbeitsblatt. Dann kommentiere das doch gerne mal, auch gerne im Nachgang, dann werde ich das hier mit aufnehmen. Oder wenn du sagst, Mensch Kirsten, zeig mir mal, wie ich in Canva das und das erstellen kann. Bitte hier einfach mal kommentieren, mache ich gerne ein Video dazu. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich dich damit inspirieren kann, mal neue Dinge auszuprobieren. Ich weiß, viel kann man auch mit PowerPoint machen, viel kann man auch mit Keynotes machen. Aber warum sich das Leben schwerer machen, wenn man einfache, coole Varianten hat und Canva, wie gesagt, erprobe ich seit, also nicht erprobe es, ich arbeite jetzt seit vier Jahren, seitdem ich oder seit fünf Jahren, seitdem ich den Schritt ins Online-Business gemacht habe. Seitdem nutze ich Canva und wie gesagt, ich erstelle damit meine Freebies. Ich erstelle damit meine Handouts, ich erstelle damit Checklisten für meine Kurse, ich erstelle damit auch Arbeitsblätter, digitale, die du dann hinterher auf dem Tablet nutzen kannst, Sachen, die du ausdrucken kannst, Arbeitsmappen, alles Mögliche erstelle ich mit Canva. Aber ich komme damit sehr, sehr gut zurecht und wenn mich einer fragen würde, welches Grafikprogramm sollte ich mir zulegen, dann würde ich sagen, bevor du in Photoshop reingehst, obwohl du kein Fotograf bist oder in Affinity Designer ist ein tolles Programm oder auch generell, auch von Adobe gibt es ja ein Designprogramm, tolle Dinger, aber ich finde sie für die normale und schnelle Anwendung oftmals viel, viel zu komplex. Es sei denn, du bist Grafikdesigner, dann ist das jetzt hier für dich Pille Palle. Aber ich bin keine Grafikdesignerin, ich suche halt immer für mich und für meine Klienten die einfachsten Wege, tolle Ergebnisse mit einfachen Tools herzustellen und wie gesagt, da gehört für mich Canva einfach ganz, ganz weit nach vorne. Okay, ihr Lieben, heute war es ja fast schon ein Quickie. Wie gesagt, wir wollen jetzt gleich nochmal raus mit den Hunden, bevor es anfängt zu regnen und ich glaube um 13 Uhr werde ich mir den Livestream von Katrin Hill anschauen. Da spricht sie nämlich darüber, welche Neuerungen es bei Facebook gibt. Ich habe ja nur einen kleinen Teaser gegeben. Ich habe ja nur gesagt, wie die neue Oberfläche aussieht. Ich habe nur kurz gesagt, dass es jetzt Facebook Video Chat Rooms gibt. Ich bin gespannt, was Katrin alles zu berichten hat, weil Katrin sitzt da wirklich an der Quelle. Gut, was liegt in dieser Woche noch an? Morgen spreche ich mit einer virtuellen Assistentin darüber, wie sich ihr Arbeitsalltag jetzt in Zeiten von Corona verändert hat und wie sie halt in die Selbstständigkeit irgendwann gegangen ist. Am Freitag und ich glaube Freitag ist sogar der 1. Mai. Ich habe irgendwie so sämtliches Zeitgefühl verloren. Da gehe ich aber trotzdem morgens um 10 Uhr live. Jetzt habe ich hier eine Biene, eine Mücke oder was weiß ich nicht. Um 10 Uhr live und da sprechen wir über die unterschiedlichen Videoschnittprogramme. Falls du nicht live dabei sein kannst, du findest das Video natürlich hinterher hier auch als Aufzeichnung auf dieser Seite, aber natürlich auch auf meinem YouTube-Kanal. Und jetzt möchte ich ein bisschen Werbung machen. Ich möchte demnächst eine kleine Veränderung vornehmen. Diese Seite ist meine Hauptseite jetzt hier mit Fokus ans Ziel und ich möchte meine eigene Facebook-Gruppe dazu aufbauen. Die Facebook-Gruppe habe ich schon angelegt und wer möchte, kann da ab sofort Mitglied werden. Und in dieser Facebook-Gruppe werde ich exklusive Inhalte zum Thema Technik, zum Thema digitale Tools im Sinne von mit dem richtigen Fokus durch den Dschungel der Möglichkeiten, sein Ziel auch zu erreichen. Dann komm doch bitte in meine Facebook-Gruppe mit Fokus ans Ziel. Wie gesagt, die ist noch ganz, ganz jungfräulich, ganz, ganz klein und ich möchte da einfach noch mehr mit reinbringen. Einfach, damit du dich sicherer zu Hause fühlst mit all diesen neuen Möglichkeiten, die wir haben. Weil ich glaube, ich lehne mich nicht so weit aus dem Fenster, wenn ich sage, wir haben jetzt einen Quantensprung durch diese Situation im Außengrade hingelegt. Und für viele wird es nur noch ein Teilweise zurückgeben, für andere, die sagen jetzt, ich gehe komplett den Weg weiter. Es werden auf jeden Fall sehr spannende Zeiten auf uns zukommen und umso wichtiger ist es, dass du halt weißt, okay, welche Lösungen sind für mich die richtigen, welches Mindset ist für mich das Richtige, wo finde ich denn was, wie setze ich die ganze Technik ein, um auch die Ergebnisse zu erzielen, die ich gerne haben möchte. Also, jetzt bin ich hier so ein bisschen strubbelig, also ich merke auch heute das erste Mal, so langsam könnte auch ich wieder zum Friseur, aber das muss halt alles noch ein bisschen warten. Ihr Lieben, ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag. Schreibt gerne eure Kommentare noch im Nachgang zu diesem Video hier drunter. Ich werde das die ganze Zeit auch beobachten und natürlich gerne auch weiterhin meine Tipps geben. Wer tiefer in das Thema Canva und Grafik erarbeiten damit gehen möchte, kann mir auch gerne eine persönliche Nachricht schicken, dann machen wir mal einen gemeinsamen Call und ich zeige dir noch so ein paar Funktionen, die ich jetzt hier in der Schnelle nicht zeigen konnte. Ansonsten sehen wir uns am Freitag und, ach ja, übrigens den Serientalk mit Conny Sehenswert, den gibt es auf meinem persönlichen Profil und auch auf meinem YouTube-Kanal. Also, guck ruhig mal vorbei. Bis dann, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, eine schöne Woche und wir sehen uns am Freitag in dieser Konstellation, wo ich wieder über Technikthemen spreche und ansonsten morgen im Rahmen von Gemeinsam sind wir stark. Und an sonnenstern, wir sehen uns am Freitag vor.